Ich werde einen wunderbaren Erfurter Sänger anpündigen, nämlich den Wolfgang Sack aus Erfurt. Die lieben werden sich jetzt zwei Songs oder auch drei singen. Schauen wir mal. Ich übergebe jetzt einen Wolfgang Sack. Aber ich habe schon den leckeren Obst da getrunken, also es wird schwierig. Ja, der ist lecker. Ja, der ist lecker. Tut auch. Das klingt immer wichtig. Ich weiß nicht, was im Fernsehen ist. Oh wow, ein 2. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. I'll get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. I'll get your kicks on Route 66. When you go through St. Louis and Trouffland, Missouri, Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see, I'm a railroad, Gallup, New Mexico. Just a boundary runner, don't forget one runner. Don't that world wants an runner. You'll see, I'm a railroad, you'll get your seas on the one and the tip. And you'll make that California trip. I'll get your kicks on Route 66. Peace! Musik 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 If you have a plan to go to West Put on my way, take the highway that the best Get your kicks on the Route 66 It runs from Chicago to L.A. More than 2000 miles all the way Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017